Nach mehrmonatiger Renovierung ist der Jugendraum im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses am Almar-Roggeweg seit Mittwoch nun wieder offiziell geöffnet. Neuer Fußboden, frisch gestrichene Wände und Decke, neue Lampen und vor allem eine große Küchenzeile strahlen. Und die Jugendlichen, die den Jugendraum regelmäßig nutzen, strahlen ebenfalls. Seit April wurde im Jugendraum gearbeitet. Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs haben den Großteil der Arbeiten erledigt, berichtet Peter Podien von der Gemeindeverwaltung. Die Jugendlichen durften sich in die Neugestaltung mit Ideen einbringen.